So, zurück auf dem Bike. So, und hier haben wir schon den Armeetruck. Okay, ging ja ziemlich schnell. So, und was müssen wir jetzt bei dem machen? Ja genau, fahr erstmal durch. So, der raucht irgendwie so ein bisschen. Kann das sein? So, müssen wir jetzt näher an den Rand kommen, oder müssen wir den einfach, ähm, halt, hinterherfahren? Oh, du sollst draufschießen. Okay, aua. Hallo? Ich glaube, ich hack's. Okay, weil da ist ja hier auch rot. Deshalb warte mal einfach mal drauf. Keine Ahnung, ob das gut ist. Sagen wir, besser fliegt ihr in die Luft, anstatt hier irgendjemand weiß, was da drin ist. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hinschießen soll. Räder oder so. Einfach nur hinten rein. So, wer schießt denn da? Ah, da ist schon geschützt. Geschützt natürlich auch geil. So, der da fährt da. Einmal durch. Durch das Holz. Oh, okay, wie die Kamera immer automatisch wechselt. Voll geil schießen und ziehen und so. Ah, aber wie viel hält denn der aus? Ich weiß gar nicht genau, wo ich hinschießen soll. So, jetzt geht's weiter. Ich hab mal in der Runde geboostet. So, Hallöchen. So, was mit der? Einmal... Oh, auf die Fresse, wirklich. Oh, hallo. Alter, der macht einen Spagat. Ich hab mit Absicht nicht die Tasche gedrückt, damit der einen Spagat macht. Alter, wie lächerlich. So, der Spagatmann ist zurück. So, der wollte auf die Fresse. So, okay. Na, das war ein bisschen spät. Ich könnte auch... Da unten steht Schlage mit X und Y. Aber wir müssen ja mal in die Tasche drücken. Na, jetzt hab ich hier. So. Boah, der hat ne Feuerwerkst. Ich auch. Geil, Mann. Wo haben wir hier um den Maschen rum? Mit einem Wheelie. Alter, was war's? Der macht die Abfressbrunnen. Die bewegt sich aber. Wow. Hey, jetzt geht's aber ab hier. So, der Bagger, der fahrt los. War ja mal sowas von klar. Immer wenn wir da kommen, müssen sie da rumfahren. Hallo! Habt ihr das gesehen? Der wollte schon wieder einen Spagat machen. Hallo, guck mal, die Kugel. Guck mal, wo die Kugel ist, wo ich bin. Ey, ich wollte ja mich jetzt echt verarschen. So, nochmal von vorne. Okay. Das heißt, der Typ hier will Schläge haben. So. Ah, ich drück auf die falschen Taschen. Bin ich ein Drottel. So. Gib mal deine Feuerwehr-Ax wieder her. So, jetzt der hier. Hallo. Geht los? So, und... Der fliegt auch nicht komisch runter. Fehlt nur noch der Spagat. So, jetzt kommen hier wieder die ganzen Abresponen und so. Oh je. Von dem müssen wir jetzt ganz weit wegbleiben, weil... Wir wissen ja. Hier sind wir nicht so gut. So, dann kommen wir dem hier mal hinterher. Und hier... Ich hab schon gedacht, er lässt es fallen. Ganz ruhig. So, was macht der? Ah. Der eine hat es ja nicht fallen gelassen. Komischerweise. So, wir müssen mal mit einem kleinen Speicherpunkt oder so. Der ist schon ziemlich nice. So, oh. Wieder ballern. Von allen Seiten. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht zuerst gehen sollen. So, der in vorderen. So, hallo Kamera. Nein, keine Kameraführung. So, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf den schießen muss. Also, ich mach's mal. Solange hier keine Gegner sind. Doch, da vorne steht aber einer, glaub. So, auf das Motorrad, ich will hier eine Explosion. Oder halt auf den Typ dann halt. Der steht immer noch. Wollten farschen. Explodiert. Dann halt nicht. Die treffen mich gar nicht. Ich treffe die auch nicht. So, warum ist hier wieder die Kamera sich bewegt? Kein Plan. Die Bluteilmission auch mal geil. So, wir können eine Runde weiterfahren. Wie weit geht's denn hier überhaupt noch? No, nicht schon wieder. So. Vor allem, die bewegen sich. Aua, ua. Halt noch. Das ist ja das Miese. Manchmal lassen sie es fallen und manchmal bewegen sie sich dazu auch noch. Das haben wir hier. Warum konnte der Elkwil durchfahren? Oder dich nicht? Ich hab ja nur ein Motorrad, aber egal. So, äh, hallo. Rutscht halt noch mehr rum. Rutscht halt noch mehr rum. Ja, auch mal schlägt ein neuer Fartdick. Deine letzte Zigarette. So, okay. So. Ha, ha. Ihr habt alle Nahkampfwaffen dabei, ihr Idioten. So, nein. Mein Kopf. Verdeckt hier des, hier des Fahrtkreuz. Na, nachladen. Äh, hallo? Was, hallo? Was war das gerade? Kein Plan, Mann. So, und noch ein paar. Oh, die haben ja auch was zu schießen dabei, oder? Hier sind hier alle in Deckung. Ja, natürlich ganz toll in Deckung. So, einmal nachladen. Ich brauch keine Deckung. Easy, geil. So, oh. Wollen wir jetzt schon, äh, das war's, aber da ist schon noch einer. Geile Deckung. Oh, shit. Stopp. Ich bin auf den Caesar. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wo ist der Truck? Stopp. Nein, bitte. Ich erzähle dir was ich weiß. Geh, geht's. Caesar. Er ist planen ein Krieg gegen dich. Die Kilder. Ich weiß das, genieus. Was? 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 Der Truck ist supposed to go to him. Die Weapons sind für... Für... Für seine Armee. Wo ist er? Ich... Ich weiß nicht. Bitte. Bitte. Geh, geh. So, Alter. Jetzt dürfen wir hier mit dem Truck fahren. Ich dachte, hier fahrt man nur mit einem Motorrad rum. Hat der auch einen Boost? Ne, leider nicht. So, der ist super, Alter. Wie darf ich mich da wehren? Gar nicht. Hallo. Spiel. Spack rum. So, hinter mir. Ich kann gar nicht nach hinten schauen. Yo. Ui. Alter, die Fahrt für sick ist auch genial. Weil ich kann mich ja gar nicht hier wehren oder so. Also, hier voll in Schlangenlinien. Auch voll der geile Motor-Sound. Die ganze Zeit. So, bam. So, ui. Ja. So. Hier können wir einmal durchfahren. Bam. Sehr schön. Da leckt das Spiel einmal rum. Warte, klapp. Hier, zu viel Action auf dem Bildschirm. So. Oh, hier wieder so ein komischer Typi da. So ein Kran. So. Er hier weg. Alter, äh. Mein Drifter. Ich pack der voll rum. Aber egal. So, dürfen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück, oder? Vor allem, ich fühle mich hier irgendwie voll schutzlos irgendwie. Hier die ganzen Trucks stehen da rum. Oh, hier sind gar keine Gewehre und so. Gar keine Gegner. Sollen wir gar nach hinten schauen, aber es geht leider nicht. Take whatever you need. This'll do. Jake. Jake. Help. Ellie. They're here. The devil's hand are here. Tell me what's happening. I can hear them. They're close. Ellie. Matt. No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020